Hallo und herzlich willkommen Die grafik hier ist echt also die aussicht ich meine ich halt die aussicht hier ist echt schon mega es ist kalt und wir müssen was war es machen okay machen wir das bayern geht das wir holz jawollo wir haben holz so und so dann ja so so es ist doch schon sehr sehr geil tatsächlich ich war ja der spiegel wie gesagt extremst sehr sogar weil es ist einfach was anderes es ist ein survival ja aber es ist ein anderes survival also weißt du was ich meine ich finde oh da da läuft der da wo die Speerspitze ist da da läuft der der Kumpel können die eigentlich auch ins haus rein ich glaube gar nicht also zumindest hoffe ich nicht dass sie okay wir können nicht ins feuer laufen das finde ich sehr gut nicht wie bei vor ist das so hier na und so hopp oh zack 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 das ist gleich wieder heiß schön schön du den schmuck wir piekten ja ähm ah ok ich dachte gerade so dann würde ich vorschlagen gehen wir mal wieder nach unten oder bleiben hier oben genau was braucht wir denn für eine kiste nochmal erstmal nochmals vergessen so machen wir das lalalalalalalala tralali tralala trapps wir gehen jetzt nicht runter sondern hier hüp Alter, ich... Alter! Alter! Nein! Alter! 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 Was ist das denn, oder? Oh! Scheiße! Ähm, wir brauchen noch einen Sperr. Ähm, wir brauchen noch einen Sperr. Äh... Scheiße! Ne! Ohohohohoho! Hihihi! Hup! Scheiße! Ich komm grad ein bisschen ins Schwitzen! Alter! Boah, Alter! Ne! Boah, Alter! Boah, Alter! Boah, Alter! Boah, Alter! Scheiße! Hat uns angerackt, die Drecksau! Das hieß ja, da ist der Gift spuckt tatsächlich! Hier machen wir zu! Das ist mir... Das ist nun wirklich zu riskant! Und wie... Und hier haben wir gar nichts... Was... Was brauchen wir denn? Wir brauchen... Pfeiber... Und Wood! Wood haben wir... Oh Scheiße! Oh nein! Wir haben gerade eben die Kisten gemacht! Toll, jetzt können wir sie platzieren! Sechs... Äh... 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 Acht! So... 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 Wo kriegen wir das Holz her? Wo kriegen wir das Holz her? Von den Bäumen? Okay... Ähm... Jetzt haben wir hier... Ich lass mal kurz das hier ein... Ich bin jetzt... Überaus vorsichtig tatsächlich... Aber mega vorsichtig... Dann steht da oben... 28... Das ist... Ähm... So... 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 Ähm... So... 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 Ähm... Ähm... Hopp! Wir brauchen Holz! Ohne Holz! Ohne Holz! Kein Stolz! Wir brauchen Holz! Und wie wir wissen, ohne Holz kein Stolz! So... Ähm... Ich bin leid... Das ist ja schon mal abschwer... Möglich ist, ob wir den auch... Ja? Okay... Das wird mich mal interessieren... Und wir machen nochmal... Sicher ist sicher... So... Alter, hier gibt es noch so viel zum Krabbeln! Boah geil! So... 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 Was war das denn gerade? Ist gerade irgendwas weggeflogen? Ich weiß noch gar nicht was! So... Und bei Tagesanbruch machen wir, denke ich, Jagd auf die Dinger! Hatte ich ja... In der letzten... Folge... Vers... Nein! Okay! Nichts! Äh... Versprochen! Ich dachte gerade nur... Da wäre wieder jemand! So... Da... Da rotzt uns die Drecksau einfach mal durch die Wand durch! Ich glaub's ja nicht! Äh... Es ist noch... Nicht Tag! Das heißt... Wir gehen auch noch nicht Jagd! Ich muss wirklich unbedingt Tagsüber machen! Weil Tagsüber... Können wir einfach viel viel mehr sehen! Es ist hier schon relativ dunkel! Und ich weiß halt nur nicht, wie man davon auf Youtube sieht! Oder... Ähm... Wie dunkel es dann auf Youtube sein wird! Ähm... So... Ja... So... So... Ich möchte wieder zum alten Zuckern, sondern zum anderen Haus! Ah... Bevor wir gehen, trinken wir noch! So... So... Alter, das ist doch echt so ekelhaft! Oh! Hopp! Oh... Hm? Das war... Endlich! Wa... Äh... Was? Heh... So... Höh... Alter! Oh! Tut mir leid! Hehehe... Alter! Ich konnte das nicht machen! Ähm... Jetzt! Was sollc! O halb해야! Ähm... Ich hoffe... Nicht! HUP! ABER! ABER Der ABER DER! ABER DER! ABER DER! ABER DER! HUP! Huah! Winter hurr! Alter That... Scheiße.... Da, da schwimmt er, da und da. Müssen wir was essen. So. Dann werden wir nächstes mal auf Leben setzen, tatsächlich. Was war das denn gerade? Ja, wer setzt nächstes mal auf Leben? Das hat sich jetzt zu Ende bricht. So. So. Was ist das? Was ist das? Da ist auch noch eins da. Aber was ist das hier für ein weißes Ding? Haben die alle irgendwas mit diesem Ding da hinten zu tun? Da, wo die Schwerspitze ist? Ich weiß nicht, ich hab keine Ahnung, das werden wir, denke ich, früh genug noch herausfinden. Oh! Oh, der Tag... Oh, Entschuldigung. Der Tag kommt. Der Tag bricht an. Das heißt, wir gucken jetzt gerade noch kurz nach... Alter. Wie oft macht er denn kacken? Verdammt. So. Und es wird heller. Ja. Ein neuer Tag bricht an. Hm. So, ich warte noch bis es komplett hell ist, dann können wir in den Wald. Vorher nicht. Ich hab keine Lust auf das Theater gerade eben wieder. Ähm, ne? Und so. Alter, da hat er einfach durch die Wand gerotzt. He, he. Ist gar nicht. Jetzt erkennt ich gar nichts mehr. Hm. Jetzt. Äh, heh, heh, heh. Boah, wie bedeckt hier alles? Ist das voll schön. So. Ne? Gut, wir warten noch einen Moment. He. So. Was ist das für ein Ding? Was ist das? Oh, scheiße. Die... Also, diese Bären zocken uns also Wasser, die reißen. Da, da schwimmt da. Äh, die kriegen wir auch noch. Bald dann ist die Bären so auf dem Teller. Bald, bald, bald. Toll, sie sind heiß. He. Oh, dieses Spiel. Ich finde das schön. Ich mag das. Diese Abwechslung, sie gefällt mir sehr. So. Ich mag das, wenn Spiele mir gefallen. Das mag ich sehr. Tatsächlich. Ähm. Jo. Huch. So. Äh, ja. Ich würde unbedingt, würde ich jetzt so ein Dinotame, so ein riesengroßer Brachiosaurus oder Diplodocus. Heißen die Diplodocus? Ich glaube, Diplodocusauros? Nee, Diplodocus. Diplodocus. Genau, ja. Hier kommen wir nicht durch. Okay. Ich bin... Ich bin... Mega. Hopp. Vorsichtig. Gerade. Ein neuer Tag. Alter! Hm! ja das kaputt gemacht war der wichser entschuldigung vor die drecksau gibt es nicht dunkel jetzt einfach mal ist alter ja komm jetzt okay dann macht das automatisch okay gibt es nicht na 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 da scheiße acht alter den hund den bringt jetzt der schreck oder das zeige ich euch wo ist denn er da oben da läuft einer wo ist er hin ähm ah da können wir den speer nicht auch schmeißen alter äh äh alter hebt doch der speer auf alter warum warum hebt er der speer nicht auf äh äh können wir dann nichts machen gott sei dank ich habe schon gedacht das ist aus benutzen also haben wir nachher richtig dricksau alter ich bin ich bin ich das war er haben wir noch erwischt ich bin stolz so und wir haben natürlich fleisch bekommen aber wo ist jetzt der andere speer hin wir haben doch einen spiel haben wir geworfen der muss noch hier hier ist gar nichts mehr und jetzt wirklich nichts mehr schrott ich vermute dass hier noch mehrere von denen ich habe es doch gesagt ich habe gesagt ich habe 9 also das kannst du doch nicht machen wir echt und er macht das und scheiß nicht toll das gewerb müssen unbedingt unbedingt müssen wir kiste machen was wir auch zeug aber unbedingt ansonsten geht uns hier oben auch alles kaputt und das wäre scheiße das muss ich nicht sein das ist mir gerade mal rausgerutscht Oh Also brauchen wir noch Steinen. So, hier. Drei. Sechs. Sieben. Alter. Gehen die Steine abrufen wir mal kurz? Ich glaube nicht, ne? Tatsächlich? Doch, gehen sie. Alter. So, haben wir jetzt genug für ein Feuer? Jawohl. So. Ich gebe hier weg. Alter, der uns einfach mal alles kaputt gemacht hat. Drecksack.